29. September 2007 Mutter Gottes, meine lieben Kinder, erbittet für euch und eure Nächsten, ja für alle Menschen, das Licht, die Hilfe und den Schutz der heiligen Erzengel. 30. April, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, damit sie euch im gegenwärtigen geistigen Kampf beistehen und stärken. 31. Gott will, dass ihr sogar unbesiegbar werdet. 32. Dazu bedarf es jedoch eines großen Vertrauens, eines festen Glaubens und einer großen Liebe. 33. Glaubt, vertraut und hofft, unerschütterlich und liebt, grenzenlos. 34. Glaubt mir, sehr viel hängt von eurem Willen ab. 35. Führt in Liebe ein gottgefälliges Leben. 36. Erbittet hierfür die Hilfe der heiligen Engel. 37. Die Gnade wird euch Flügel verleihen. 38. Die Engel warten darauf, euch helfen zu können. 39. Glaubt, dass ihre schützende Güte euch auch in dieser Welt der Ungewissheit Sicherheit gibt. 39. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.